Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Neverball und wer startet direkt mit den mittelschweren Leveln, Schwierigkeitsgrad einfach bis schwer, 25 Levels mit fein abgestimmten Herausforderungen, versuchen sie einige der Rekorde zu brechen und los geht es. Hier ist was mit Schaltern, hier muss man auch Schalter aktivieren, hoch, hoch, hallo, was ist hier los, ich möchte gerne meine Maus, ich probiere erstmal mit der Maus zu spielen, vielleicht geht das einfacher. Oh, 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 oh Das ist eine ganz feine Bewegung notwendig. Und diese roten Dinger sind die sogenannten Schalter, die man teilweise auch aktivieren muss. Wenn die grün werden, heißt das, die sind aktiviert. Was anderes steckt da nicht dahinter. Wo ist jetzt hier der Durchgang? Hier. Das sieht man ja im Rückwärtsgang nicht so gut, leider. Wie war es jetzt hier mit der Perspektive wechseln? Na, ich glaube, das muss auch mal so gehen jetzt. Jetzt bin ich blind. Ne, doch nicht. Weiter geht es. So, jetzt können wir dort rein. Wir brauchen noch eine Münze. Diesen Schalter aktivieren. Und jetzt können wir direkt ins Ziel gehen. Ja, ganz schön. Ganz was Tolles. Und ins Ziel. Level 1. Das hatten wir doch schon. Hä, bin ich blöd. Moment. Level 2 will ich doch jetzt. Oh, es sieht interessant aus. Ich glaube, hier darf man wahrscheinlich nicht allzu schnell machen. 77 Münzen werden hier gebraucht. Erinnert mich ein bisschen an Golfplatz. Oh, die blaue Münze, die könnte man eigentlich mitnehmen. Und jetzt zurück. Und jetzt müssen wir uns hier ganz eng an diese Wand anlehnen. Bremsverzögerung. Bremsverzögerung. Ja, so klappt das. Oh, das haben wir jetzt verpasst. Und wieder eine blaue Münze. Und jetzt geht es hier hoch. Oh, da komme ich nicht ran. Oh, da komme ich nicht ran. Damit war ich jetzt zu langsam. Das reicht natürlich nicht mehr fürs Ziel. Aber die Frage ist, wie ich dort an die anderen Ziele komme. Gibt es irgendwie einen Trick? Ui, 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 das war aber knapp jetzt. Es gibt ja offensichtlich hier mehrere Ziele. Komisch. Egal, wir werden einfach jetzt hier mal so weiterfahren. Oder sind das irgendwelche Schalter dort oben? Das sind doch Schalter, ne? Aber ich gehe jetzt einfach ins Ziel. Und das nächste Level. Stay way to heaven. Eine Treppe in den Himmel. Okay. Wow, das ist ja geil. Geh jetzt auch wieder runter? Ja. Krass. Los, 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 los. Hoch, 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 hoch. Nein, nein, nein. Ich will... Wo ist denn... Das ist ja mal genial gemacht. Ui, je, je. Und jetzt Münzen einsammeln. Los, 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 los. Benannt nach dem gleichnamigen Hit von Let's Zapplin to this level wahrscheinlich. Stairway to heaven. Oh, zuck, 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 zuck. Und jetzt können wir eigentlich schon in die Mitte gehen und dort uns die blaue Münze greifen, wenn wir dann drankommen würden. So, jetzt ab in die Mitte. Drauf da und dann einfach hier halten. Und so geht sich das aus. Level 4. Gibt es mehr als genug Münzen, falls Sie sich Zeit nehmen wollen? Ähm, nö. Ich nehme ja immer den kurzen Weg. Ach, sieht sch... Ui, 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 ui. Uff. So, jetzt hätten wir alles. Und das war's. Neuer Rekord. Nächster Level. Wählgen Sie das Risiko gegen die Belohnung ab. Okay. Ja, da ist es doch natürlich klar, was ich hier nehme. Welche Stufe. Uff. Ui, 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 ui. Ah, das ist ja übel. Nein! Ich glaube, da war ich zu schnell. Wenn man immer so schief kommt, dann wird das, glaube ich, nichts hier. Ich nehme einfach mal hier den Weg. Das geht schon besser. Ich würde das trotzdem gerne mal probieren, ob man da ordentlich auch rankommt. Ich glaube, da war ich zu schnell. Ich habe ein bisschen leichter gesagt als getan. Das sieht nicht so schön aus. Los, los, los. Das ist immer so... Wir müssen einfach hier blind hier hochhacken. Oh, ist immer rausgefallen. Gibt es irgendwo eine Lücke, wo sich dann was ufftut? Hier vielleicht. Aber ist die Kameraführung so blöd? Jetzt hätten wir es geschafft. Nein! Wie konnte man hier die Kamera ändern? Mit F3? Faule Kameraperspektive? Verfolgen. Es gibt nur die. Also mal schnell rausgeflogen. Wo muss ich hier überhaupt hin? Dort hoch oder wie? Toll. Was denkt sich denn sowas aus? Hoch, 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 los. Du schaffst das. Und jetzt sind wir wieder ganz unten. Na toll. Aber langsam habe ich ja, glaube ich, den Trick raus, wie der Hase läuft hier. Oder auch nicht. Ach, Mensch. Hier an der Seite sollte man relativ gut hochkommen. Okay, hier vielleicht nicht, aber... Los, jetzt mach dich hoch, du verdammte Dreckskugel. Okay, dieses Level gefällt mir nicht. Ach, Mensch. Und jetzt? Hoch, 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 jetzt. Jetzt muss ich hier wahrscheinlich ganz außen rechts vorbei irgendwie. Los, los, los. Ja. Auf. Nein, 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 nein. Nicht wieder runter. Nicht wieder runter. Nicht wieder runter. Oh, so, eine. So, jetzt nach rechts. Och, das ist doch eine Fahr. Jetzt bin ich wieder fast ganz unten. Und da will ich eigentlich nicht hin. Jetzt mal hier raus. Ich will dort raus. Meine Güte. Lässt er mich hier nicht raus, oder was? Zeit läuft ab. Nein. Das kann nicht sein. Ah, das schaffen wir nicht mehr. Das ist dumm. Das ist richtig dumm. Dieses Level. Das macht mich aggressiv. Ach, aber jetzt konnten wir hier durch. Erst mal unten die paar Münzen sammeln. Das will dann da oben auch nicht mehr so. Ach. Extrem hingehen müssen. Und jetzt hier vorsichtig. Hier rechts gab es auch irgendwo eine blaue, oder? 11 Münzen brauchen wir noch. Und da oben sind diese letzten 11 Münzen. Wenn ich da rankommen würde. Jetzt haben wir es. Jetzt können wir uns konzentrieren darauf, dort hochzukommen. Was wahrscheinlich nicht so ganz trivial sein wird. Weil man hier ständig gegen diese Dinger stößt. und jetzt hoch, 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 hoch. Nein. Nein. Uff. 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 Bleib oben, bleib dort. Nein, 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 nein. Nicht zurück, nicht zurück. Und jetzt dort rein? Ja. Und geschafft. Was für ein übles Level. Nö, das spiel ich nicht nochmal. Level 7. Benützen Sie Teleporter, um zu sonst unerreichbaren Orten vorzudringen. Oh, klingt lustig. Cool. Wenn ich jetzt wieder in den gleichen Teleporter rein mache, dann beamt er mich doch sicher wieder runter, oder? Oh. Ah. Sehe ich das richtig? Wenn ich zurückfahre, kann ich mir einfach die blauen... Die blauen holen? Ja. Ja, wenn das so einfach ist. Oder auch nicht. Halt, 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 halt. Rein damit. Und jetzt? Ah. Wo war das jetzt ungefähr hier? Nee, daneben. Nächster Versuch. Jetzt haben wir es geschafft. Äh. Jetzt können wir hier rein. Zehn Münzen brauchen wir noch. Fünf Münzen. Und ins Ziel. Och Mensch, ich will... So, Level 8 machen wir euch, mache ich dann heute noch. Verwenden Sie Ihren Schwung, um die höher gelegene Plattformen zu erreichen. Doch halten Sie den Ball unter Kontrolle, um sicher zu landen. Und die manuelle Kamera könnt ihr von Nutzen sein. Willkommen zu Tony Hawk. Yeah. Juhu. Das fetzt irgendwie... nicht. Also ich würde sagen, von der Menge an Münzen muss ich auf jeden Fall irgendwie dort hoch. Manuelle Kamera habe ich schon, ne, ja. Was heißt das, dass ich mir die selber einstellen kann, oder wie? Die Frage ist bloß, wie ich das mache. Achso, natürlich nicht. Ja, ich will direkt anfangen. Achso, mit WASD kann ich das einstellen. Na dann. Können wir hier sicher nicht landen. Ah, ist das... Bäh. So. Wär mal drehen. Bitte. Danke. Puh. Hm, ich will das eigentlich landen. Jetzt. Nein, bleib oben. Gut. So. Sieben Münzen brauchen wir noch. Und dann müssen wir noch auf die Zielplattform kommen. Ah, super, los. Halt, 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 halt. Jetzt vorsichtig runter. Anhalten. Nein, 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 nein. Mist. Das hat nicht gereicht. Jetzt müssen wir direkt in die Vollen gehen. Ah. Mist. Das wär's jetzt gewesen. So, anhalten. Anhalten. Kamera drehen. Und... Ach, das geht doch... Ganz einfach. Und jetzt nur noch hier hoch. Gut, da sind wir im Ziel. Und das nächste Level... Sie werden wohl nie wieder heimkommen. Klingt sehr gut. Das spiele ich dann einfach in der nächsten Folge Neverball. Bis dahin. Tschüss. Und auf Wiedersehen.